Nach der Zerstörung des Kachovka-Staudamms in der Ukraine sind etwa 40.000 Menschen von der Überflutung betroffen. Knapp 3.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Und zwar an beiden Ufern des Dnipro, also auch im russisch besetzten Süden, flussabwärts in Richtung Kherson. Das Atomkraftwerk Saporizhia wird mit Wasser aus dem Stausee gekühlt. Die Ursache für den Dammbruch steht noch nicht fest, auch wenn vieles darauf hindeutet, dass er von russischen Truppen gesprengt wurde. Teile von Kherson stehen unter Wasser. Nur noch weg von hier, raus aus den überfluteten Wohngebieten. Ukrainische Rettungskräfte pausenlos im Einsatz. Anwohner helfen sich gegenseitig in ständiger Angst vor angespülten Minen. Die 68-jährige Natalia Korsch musste einen Teil des Weges schwimmen. Wir haben uns an den Beschuss gewöhnt. Aber eine Katastrophe wie diese ist ein Albtraum. Bislang sind auf beiden Seiten des Flusses Dnipro an die 3.000 Menschen evakuiert worden, so die Behörden. Und auf beiden Seiten, der ukrainischen und der russisch Besetzten, seien mindestens 42.000 Anwohner von der Flut betroffen oder bedroht. Angaben zu Toten und Verletzten gibt es bisher keine. So auch in der Nähe des zerstörten Staudamms im russisch kontrollierten Ort Nowakhovka. Dieser Anwohner wartet offenbar noch ab, trotz des verhängten Notstands durch die russischen Besatzer. Es ist unser Zuhause, in dem wir leben. Besser gesagt, es war unser Zuhause. Vielleicht wird es das auch wieder, wenn es trocknet. Inzwischen wurde gewarnt, das Trinkwasser gehe aus für Hunderttausende Menschen in der Katastrophenregion. Wir versuchen, wo immer es nötig ist, Trinkwasser mit Zisternen der ukrainischen Eisenbahn und mit Autos herbeizuschaffen. Es heißt, es dauere noch Tage, bis das Hochwasser ins Schwarze Meer abfließt. Erst danach ließe sich ein konkretes Bild gewinnen über das ganze Ausmaß der Katastrophe in der Südukraine. Und wir schalten jetzt nach Kherson und Moskau, Beginn in der Ukraine. Isabel Schajane in Kherson, was passiert bei Ihnen vor Ort? Also wir sind ja hier in unmittelbarer Frontnähe. Jetzt hört man es gerade nicht, aber hier gibt es ständig Einschläge von russischer Seite und herausgehende Angriffe von ukrainischer Seite. Das heißt, wir sind im sogenannten, haben Sie das gehört? Das war so was. Also, das heißt, die Kriegssituation geht hier unvermindert weiter, obwohl ein Teil der Innenstadt überflutet ist, Menschen gerettet und evakuiert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es etwa 1.900 nach offiziellen Angaben, die von offizieller Seite evakuiert werden konnten. Es gibt aber ganz viele Freiwillige, die versuchen irgendwie an Boote zu kommen, Schlauchboote oder kleine Holzboote und möglichst mit einem Motor und dann versuchen, Leute aus den Häusern rauszuholen. Wir haben gesehen, dass die Leute wirklich bis zuletzt in den Häusern bleiben. Wir haben mit einer Familie gesprochen, mit 3 kleinen Kindern. Da stand das Wasser dann bis unters Dach. Und dann haben sie ihre 3 Kinder genommen, haben nachts draußen geschlafen, irgendwo unter einer Brücke und waren dann heute am Busbahnhof. Da haben wir sie getroffen. Während wir mit denen gesprochen haben, hat der kleine Junge die ganze Zeit zu seiner Mutter gesagt, Mama, ich will wieder nach Hause. Und die Mutter hat dann gesagt, aber welches Zuhause? Die Situation haben wir hier heute in Kherson vorgefunden. Noch ganz kurz, steigt das Wasser weiter? Ja, wir haben eben mit einer Wissenschaftlerin gesprochen vom Hydrologischen Institut in Mikolaiv. Und sie sagt, 2 cm alle 30 Minuten steigt es derzeit noch. Und auch in Mikolaiv, das ist 60 km weiter entfernt von hier, ist der Pegel bereits um 77 cm gestiegen. Also noch keine Entwarnung. Danke, Isabel Czajani, nach Kherson und damit jetzt weiter nach Moskau zu Robert Kempe. Was ist dort über die Lage in den russisch besetzten Gebieten, die überschwemmt wurden, bekannt? Die Nachrichtenlage von dort ist hier in Moskau äußerst dünn, muss man sagen. Was es gibt, eine Hilfsorganisation hier aus Moskau, hat Kontakt zu Menschen vor Ort und gibt Schilderungen von ihnen wieder. Und das Bild, was dort gezeichnet wird, ist dramatisch und katastrophal. Zum Beispiel aus der Stadt Oleschki, die soll schon seit gestern Abend zu fast 100 % unter Wasser stehen. Die Menschen dort warten zu Hunderten auf ihren Dächern, auf ihren Häusern, auf Hilfe. Der Kontakt zu den Behörden vor Ort ist wohl schwierig. Was so auch daran liegt, dass es keine Boote gibt, oder genügend Boote gibt, um die Menschen von dort zu evakuieren. Und wenn man davon ausgeht, dass natürlich in diesen russischen Gebieten viele Menschen geflohen sind und die, die geblieben sind, alte und kranke sind, kann man wohl leider davon ausgehen, dass die derzeitige Zahl von Vermissten, die derzeit mit sieben nur betitelt wird, dass die wohl leider in den nächsten Tagen noch steigen wird. Wie wird in den russischen Medien über die Zerstörung dieses Staudamms denn berichtet? Die Zerstörung des Staudamms ist auch in den russischen Medien Nachricht Nummer eins. Natürlich wird damit immer wieder belegt, dass es letztlich die Ukraine gewesen ist, die zur Zerstörung dieses Staudamms beigetragen hat und der Verursacher ist. Es wird auch immer wieder erwähnt, dass man eben evakuiert. Über Tausende sollen schon evakuiert gewesen sein. Man zeigt auch in den Medien Busse, die zum Abtransport der Flüchtlinge bereitstehen würden. Allerdings einzig belegte Bilder von aktiver Evakuierung, die haben wir hier in Moskau noch nicht gesehen. Danke für diese Eindrücke, Robert Kempe nach Moskau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.